Moin Leute, hier ist Tim und über die letzten Wochen sind Grafikkarten teilweise endlich mal wieder ein bisschen günstiger geworden. Vor allem auch ältere Grafikkartenmodelle. Ich habe auch in früheren Videos schon etwas darüber gesprochen und beispielsweise die RX 6800 XT, besonders empfohlen von AMD, die es immer noch zu kaufen gibt zu sehr attraktiven Preisen. Aber auch bei Nvidia sind einige Grafikkartenmodelle mittlerweile günstiger geworden. Von einerseits die älteren Modelle, andererseits aber auch die neue RTX 4070, die man mittlerweile schon für unter 600 Euro bekommt. Und aufgrund dieser Preisschwankung bzw. vor allem Preisreduzierung bei den Grafikkarten ist es mal wieder angebracht, eine neue Grafikkartenkaufberatung zu machen und euch zu erzählen, welche Grafikkartenmodelle denn derzeit die besten oder die attraktivsten sind auf dem Markt vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Welche Grafikkartenmodelle das genau sind, das erfährst du gleich, kannst du aber auch jetzt schon mal nachgucken in der Geilzeitswunschliste in der Videobeschreibung. Da findest du nochmal alle Grafikkarten, die ich hier in der Kaufberatung empfehle. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt direkt los. Bei vip-cdkdeals.com findest du nicht nur günstige Game Keys, sondern auch Keys für Microsoft-Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming-PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei cdkdeals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key gerade einmal 14 Euro und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei cdkdeals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows-Einstellungen aktivieren. Links zu vip-cdkdeals findest du in der Videobeschreibung. Wir fangen wie immer mit den günstigen Grafikkarten an und arbeiten uns dann nach und nach weiter nach oben bis zu den Oberklasse- und High-End-Modellen. Welches ist denn die derzeit günstigste Grafikkarte, die ich für einen Gaming-PC aktuell noch empfehlen würde? Nun, das ist die Radeon EX 6600. Die Grafikkarte hat 8 GB Grafikspeicher und ist vor allem für Full-HD-Gaming wirklich immer noch sehr gut geeignet. Die Grafikkarte ist mit damals über 300 Euro mal noch gestartet. Mittlerweile kostet sie nur noch ungefähr 230 Euro, die günstigsten Modelle. Und ich würde auch tatsächlich hier empfehlen, so das günstigste Modell zu kaufen, was es auf dem Markt gibt. Das ist aktuell die ASRock Challenger D, denn die Grafikkarte hat so eine geringe Leistungsaufnahme, dass wir hier gar keinen großen Kühler brauchen und man auch mit diesem eher kleineren Kühler, der ASRock Challenger D, definitiv zufrieden sein wird. Wie gesagt, Zielgruppe für diese Grafikkarte sind günstige Full-HD-Gaming-PCs. Man kann damit auf jeden Fall alle aktuellen Spiele problemlos spielen in Full-HD, viele auch in wirklich hohen Grafikeinstellungen. Also man braucht da jetzt keine Sorgen haben, dass man direkt AAA-Games in niedrigen Settings spielen muss. Das ist nicht der Fall. Man muss vielleicht mal die eine oder andere Grafikeinstellung anpassen, damit man auf flüssige 60 FPS kommt. Aber in den allermeisten Spielen ist das überhaupt kein Problem. Und die Grafikkarte, wie gesagt, eignet sich super für Gaming-PC-Bilds, die dann so einen Preisbereich von vielleicht maximal 600 bis 700 Euro anpeilen. Wenn es ein bisschen mehr Gaming-Performance sein darf, dann ist die RX 6650 XT derzeit sehr interessant. Die 6600 XT kostet im Moment dasselbe, deswegen macht es hier auf jeden Fall Sinn, zur 6650 XT zu greifen. Und aktuell als Custom-Modell würde ich da die Asus Dual OC empfehlen, denn das ist das aktuell günstigste Custom-Modell auf dem Markt und das bekommt man schon für 275 Euro. Also so ein großer Aufpreis zur Challenger D von Asrock ist das gar nicht, also zur RX 6600. Deswegen, wer die paar Euro übrig hat, da macht es schon Sinn, zur 6650 XT zu greifen, denn den Performance-Zuwachs, den man dazu bekommt, der ist tatsächlich schon beachtlich. Der liegt im Durchschnitt schon im Bereich von 20 Prozent. Also wenn man das Geld übrig hat, lohnt es sich schon in eine 6650 XT zu investieren. Welche Grafikkarten aber auch interessant sind, sind die Intel Arc-Modelle, vor allem die A750, denn auch die bekommt man mittlerweile für unter oder deutlich unter 300 Euro. Die Arc A750 liegt aktuell so bei 260 Euro und ist von der Gaming-Performance nochmal ein ordentliches Stück besser als die RX 6600. Da sprechen wir so um 10 Prozent ungefähr. Also die Grafikkarte liegt in etwa zwischen der 6600 und 6650 XT, also da, wo sie auch preislich angesiedelt ist. Problem bei den Intel Arc-Grafikkarten ist einerseits teilweise natürlich noch die Kompatibilität bei Spielen, wobei das wirklich in seltenen Fällen nur noch der Fall ist. Man kann mit den Grafikkarten wirklich richtig gut mittlerweile auch leben und zocken. Also da hat man wirklich selten irgendwelche Probleme. Aber das größere Problem, was ich sehe, ist tatsächlich die Leistungsaufnahme, denn die Intel Arc-Grafikkarten liegen so von der Energieeffizienz noch auf dem Niveau der Radeon RX 5000er-Generation oder der RTX 2000er-Generation von Nvidia. Und da laufen die RX 6000er-Karten, die jetzt hier insbesondere die Konkurrenz darstellen, für die Arc A750 einfach deutlich effizienter. Also das sollte man sich schon genau überlegen, ob es Sinn macht, zu einer Intel-Grafikkarte zu greifen. Tendenziell würde das Sinn machen, wenn man Raytracing benutzt, denn da performen die Intel Arc-Grafikkarten deutlich besser als die AMD-Karten. Aber in diesem Leistungssegment, in dem Preisbereich bis 300 Euro, macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, Raytracing, überhaupt nur über Raytracing nachzudenken, denn das frisst einfach viel zu viel Performance. Das würde ich bei so leistungsschwachen Grafikkarten eh immer deaktiviert lassen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht auch kein wirkliches Argument, was für die Intel Arc A750 spricht. Aber rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es im Moment wirklich auch eine sehr attraktiv platzierte Grafikkarte, ebenfalls natürlich für Full-HD-Gaming. Interessant ist auch das RX 6700er-Line-Up von AMD. Vor allem die RX 6700 ohne weiteren Zusatz mit 10 GB Grafikspeicher und die RX 6700 XT. Die beiden Grafikkarten haben auch noch mal etwas im Preis nachgegeben. Und bei der RX 6700 ist vor allem das Kaste-Modell von PowerColor, die Fighter, interessant, denn die kriegt man für ungefähr 340 Euro bereits. Und die RX 6700 XT mit 12 GB Grafikspeicher, die Sapphire Pulse, für 380 Euro. Und das sind Grafikkarten, die man jetzt auch schon guten Gewissens für 1440p-Gaming empfehlen kann. Also man braucht tatsächlich nicht mehr als 400 Euro maximal für eine Grafikkarte ausgeben, selbst wenn man in 1440p spielt. Vor allem die 6700 XT ist da locker gut genug. Auch mit den 12 GB Grafikspeichern kommt man locker hin. Da braucht man definitiv nicht mehr. Und diese Grafikkarten sind auch schon leistungsstark genug, dass man sämtliche Spiele in 1440p auf jeden Fall ohne Probleme spielen kann. Gegebenenfalls mal mit ein paar Grafikeinstellungen. Nicht unbedingt alles auf höchsten Grafikeinstellungen, aber in hohen Einstellungen in der Regel schon. Und aus meiner Sicht sind das in der Mittelklasse aktuell sehr attraktive Grafikkartenmodelle. Vor allem, wenn man halt mehr möchte als tatsächlich nur Full HD oder 60 FPS, sondern vielleicht auch Full HD 144 FPS oder eben 1440p mit zumindest 60 FPS. Also dafür sind die beiden Modelle wirklich sehr attraktiv. Und Nvidia hat aus meiner Sicht einfach nicht wirklich was dagegen anzubieten im Moment. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, was ist denn mit den Nvidia Grafikkarten? Die RTX 3050, die RTX 3060, die sind beide vom Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich schlechter als die Konkurrenz von AMD. Und deswegen würde ich definitiv abraten, diese Grafikkarten zu kaufen. Denn auch Raytracing ist da kein Argument in diesem Leistungssegment. Man könnte noch argumentieren, dass DLSS vielleicht noch ein Argument sein könnte, weil es tendenziell nochmal ein bisschen besser ist als AMD FSR. Aber DLSS 3 kriegt er mit der Grafikkartengeneration sowieso nicht. Und deswegen ist meiner Meinung nach dieser Vorteil auch mehr oder weniger hinfällig. Und die erste Grafikkarte, die man vielleicht ansatzweise empfehlen könnte von Nvidia im Mittelklasse-Bereich, wäre die RTX 3060 Ti, weil die Grafikkarte auch so 20 Euro nochmal günstiger geworden ist in den letzten Wochen. Aber so richtig guten Gewissens empfehlen kann ich sie nicht. Denn wenn kein Raytracing aktiviert ist, ist sie deutlich schlechter vom Preis-Leistungs-Verhältnis als die Konkurrenz von AMD. Und mit aktiviertem Raytracing, da sieht es ein bisschen anders aus. Da performt die Grafikkarte dann ganz gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist auch die 3060 Ti noch zu schwach. Und die 3070 ebenfalls, die auch etwas im Preis nachgegeben hat. Bei der 3070 kriegt man im Moment die Gigabyte Eagle OC für 450 Euro. Das ist deutlich günstiger als noch vor ein paar Wochen. Aber so ein richtig gutes Angebot ist das immer noch nicht. Wenn man sich das Preis-Leistungs-Ranking hier anschaut, dann sieht man ohne Raytracing, dass die 3070 bei 5,7 Euro pro FPS liegt und die 3060 Ti bei 5,8 Euro pro FPS. Und gerade der Sprung zur RX 6700 und 6700 XT ist da doch schon deutlich. Da zahlt man teilweise 1 Euro mehr pro FPS bei der 3070 und 3060 Ti. Richtig schlecht ist das Preis-Leistungs-Verhältnis noch nicht. Aber ich sage, aktuell haben eigentlich alle Grafikkarten, wo man weniger als 5 Euro pro FPS zahlt, hier in meinem Ranking wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Alles, was da drüber geht, ist dann eher schon so mittel. Und die RTX 3070 und 3060 Ti liegen ja schon deutlich drüber mit 5,7 und 5,8 Euro pro FPS. Beaktiviertem Raytracing, da habe ich ja auch ein Preis-Leistungs-Ranking. Da stehen die Grafikkarten, wie gesagt, ein bisschen besser da. Da werden sie im Prinzip nur von der Intel Arc A750 und A770 geschlagen, die aber eben vor allem das Problem des hohen Stromverbrauchs haben. Das heißt an sich, da vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut, aber es ist halt fraglich, ob es überhaupt Sinn macht, Raytracing bei diesen Grafikkarten zu aktivieren. Wenn man aber noch mehr Gaming-Performance haben möchte und sagt, selbst eine RTX 3070 oder eine RX 6700 XT reicht mir nicht, dann gibt es natürlich immer noch gute Angebote bzw. gute Wahlmöglichkeiten auf dem Markt, aber vor allem wieder auf Seiten von AMD. Wer noch mehr Gaming-Performance haben möchte, dem würde ich wirklich die Radeon RX 6800 XT ans Herz legen, denn die Grafikkarte hat nochmal ein bisschen nachgegeben im Preis und mittlerweile bekommt man die ab 560 Euro. Das wäre aktuell die XFX Speedstar Swift 319 Core Gaming. Problem bei der Grafikkarte, wie aber auch bei eigentlich allen Custom-Modellen bei der RX 6800 XT, die aktuell sehr günstig sind, Spulenfiepen ist tatsächlich vorhanden und auch meistens recht laut. Es ist so ein bisschen eine Lotterie, ob man eine Karte mit mehr oder weniger Spulenfiepen bekommt, aber tendenziell solltet ihr euch auf das Problem einstellen bei der 6800 XT, zumindest wenn ihr eins der günstigen Modelle von XFX oder PowerColor im Moment kauft. Aber rein von der Gaming-Performance, vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind 560 Euro für die Grafik gerade ein sehr attraktiver Preis und da kann auch eine 3070 Ti nicht ansatzweise mithalten von Nvidia, braucht man überhaupt nicht drüber nachdenken. Also in der gehobenen Mittelklasse bis Oberklasse, die RX 6800 XT wirklich eine sehr, sehr gute Wahl im Moment. Wenn wir uns das Preis-Leistungs-Ranking hier auch nochmal anschauen, dann sehen wir halt, die Grafikkarte, obwohl die relativ teuer ist, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis ja tendenziell immer schlechter wird, obwohl die relativ teuer ist, liegt sie im Preis-Leistungs-Ranking mit 4,96 Euro pro FPS immer noch sehr weit vorne und auch beispielsweise deutlich weiter vorne als eine RTX 4070, die aktuell ungefähr 100 Euro mehr kostet. Also das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man hier immer noch mit einer Grafikkarte der älteren Generation. Und selbst wenn man Raytracing aktiviert, steht die RX 6800 XT immer noch ganz gut da, einfach weil sie halt so günstig ist für das, was sie abliefert. Zwar rutscht sie hier ein bisschen weiter nach hinten und liegt quasi jetzt gleich auf mit einer RTX 4070, aber dafür zahlt man halt auch einfach 100 Euro weniger. Natürlich, sie performt dementsprechend auch schlechter, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis hier mit ungefähr 10,4 Euro pro FPS wirklich immer noch sehr gut. Eine RTX 4070 würde ich aktuell eigentlich nur so wirklich empfehlen, wenn man auf jeden Fall plant, Raytracing zu nutzen oder DLSS 3, denn das ist tatsächlich ja jetzt auch ein Verkaufsargument, sage ich mal, von NVIDIA für die neue Grafikkartengeneration, denn mit der Frame-Generation vor allem lässt sich da einiges an Performance natürlich noch rausholen. Das ist wirklich beeindruckend. Allerdings ist die RTX 4070 immer noch relativ teuer. Sie ist zwar jetzt schon günstiger geworden, relativ schnell nach dem Release. Aktuell kriegt man die Gain-Ward RTX 4070 Ghost für 599 Euro. Also die 600-Euro-Marke ist schon gefallen. Für 660 Euro wurde die Grafikkarte UVP released von NVIDIA und damit steht sie halt so irgendwo im unteren Mittelfeld im normalen Preis-Leistungs-Ranking mit 6,1 Euro pro FPS. Und bei aktiviertem Raytracing, wie gesagt, da sieht es halt wirklich gut aus. Da kann sie immerhin mit der 6800 XT gleichziehen. Wird aber immer noch von den Vorgängergrafikkarten von NVIDIA geschlagen. Aber aus der aktuellen Grafikkartengeneration von NVIDIA hat die RTX 4070 zumindest derzeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotzdem steht die NVIDIA-Grafikkarte hier wieder in Konkurrenz mit einer alten Grafikkarte, einem älteren Modell von AMD, nämlich mit der RX 6950 XT. Auch die bekommt man im Abverkauf ziemlich günstig teilweise aktuell für ein Custom-Modell von XFX. Die Speedstar Merc 319 Black Gaming muss man aktuell nur in Anführungszeichen 650 Euro hinlegen. Dafür, dass die Grafikkarte ursprünglich mal 1.000 Euro ungefähr gekostet hat oder über 1.000 Euro von AMD, ist das mittlerweile richtig wenig. Und das befördert die Grafikkarte auch in einen sehr guten Bereich oder in einen guten Bereich beim Preis-Leistungs-Ranking, denn die liegt vom Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl sie noch mal leistungsstärker ist als die RX 6800 XT, fast auf dem gleichen Niveau mit ungefähr 5,2 Euro pro FPS. Und selbst mit aktiviertem Raytracing steht diese Grafikkarte auch wirklich gut da und reiht sich direkt hinter der RX 6800 XT ein. Und lediglich im Raytracing Preis-Leistungs-Verhältnis muss sich die Grafikkarte der RTX 4070 geschlagen geben. Also sollte man sich definitiv überlegen, ob eine 6950 XT nicht vielleicht die bessere Option ist, vor allem wenn man plant, Raytracing nicht oder kaum zu nutzen. Denn bei der reinen Gaming-Performance liegt die RX 6950 XT doch noch ein ganzes Stück vor der RTX 4070. Da sprechen wir tatsächlich noch mal von einem Leistungszuwachs von ungefähr 15 Prozent, mit dem man da rechnen kann. Jetzt kommen wir abschließend in den wirklich Oberklasse des High-End-Bereichs von den Grafikkarten. Und man muss es ehrlich sagen, auch hier dominiert aktuell AMD wieder den Grafikkartenmarkt. Sehen wir mal von der RTX 4090 ab, wenn man tatsächlich das Beste vom Besten haben will, wo Nvidia aktuell das Maß der Dinge ist, dann macht es einfach keinen Sinn, eine Nvidia-Grafikkarte zu kaufen. Sowohl die RTX 4080 als auch die 4070T sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht gut genug, um mit AMD mithalten zu können. Also wenn man nicht unbedingt DLSS 3 mit der Frame-Generation nutzen möchte oder unbedingt in jedem Spiel Raytracing verwendet, dann macht es einfach wenig Sinn, zu Nvidia zu greifen. Denn wir sehen hier im Preis-Leistungs-Ranking die RX 7900 XTX. Die kriegt man mittlerweile schon ab 1.000 Euro. Das Custom-Modell von PowerColor, die Hellhound, auch hier muss man wieder mit Spulenfiepen definitiv rechnen. Aber die liegt halt mit 6,3 Euro pro FPS deutlich vor einer RTX 4080 mit 8 Euro pro FPS. Und die normale RX 7900 XT, Entschuldigung, die kriegt man mittlerweile schon ab 840 Euro. Ist auch nochmal deutlich im Preis gefallen und die liegt mittlerweile schon bei unter 6 Euro pro FPS. Also hat sogar ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als eine 4070. Von der 4070T brauchen wir gar nicht anfangen. Die steckt die RX 7900 XT quasi so schon in die Tasche. Die ist leistungsstärker, die Grafikkarte von AMD und performt auch noch besser als eine 4070Ti. Also da geht der Punkt eindeutig an AMD. Und selbst im Raytracing-Preis-Leistungs-Verhältnis sieht es gar nicht so schlecht aus für AMD, denn da liegt die RX 7900 XT fast gleich auf mit einer 4070Ti. Und die 7900 XTX hat selbst da sogar noch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die RTX 4080. Also aktuell im Oberklasse- bis High-End-Bereich würde ich auf jeden Fall euch dazu raten, greift lieber zu einer RX 7900 XT oder 7900 XTX. Jedenfalls, wenn euch wichtig ist, dass ihr ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer Grafikkarte bekommt, wenn ihr unbedingt Nvidia kaufen wollt, aus welchen Gründen auch immer, dann tut es. Aber wenn man wirklich aufs Preis-Leistungs-Verhältnis achtet, dann machen die AMD-Grafikkarten einfach mehr Sinn. Die günstigsten Custom-Modelle derzeit oder die Custom-Modelle, die ich empfehlen würde, findet ihr in der Geizheitswunschliste in der Videobeschreibung. Also da habe ich nochmal alle Grafikkarten verlinkt, die ich aktuell empfehlen würde. Die, die ich nicht empfehlen würde, sind tatsächlich dann auch nicht dabei, selbst wenn wir hier drüber gesprochen haben. Also eine 4080 zum Beispiel werdet ihr in der Liste nicht finden. Aber alle Grafikkarten-Modelle, die ich aktuell empfehlen würde, findet ihr dort mit in der Liste in der Videobeschreibung. Also schaut da gern sonst einfach nochmal nach. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu dieser Kaufberatung habt, dann schreibt ansonsten gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.